Leonie, Leonie Löwenherz, sie ist wie sie heißt, eine Löwen mit Herz. Ich nehme dann gleich wieder auf, sobald wir auf der Rennstrecke sind. Also, bis gleich. So, ich bin jetzt raus. Du musst mir sagen, wenn er was sagt. Okay, mach ich. Ich bin auch draußen. Also, die Aufnahme ist besser. Das Hupen, ey. Das nervt tierisch. Ich lasse sie vorfahren, oder? Ja, ja. Nehmt, mach nicht unbedingt. Weißt du nicht. Also, ich mach nochmal kurz, ne? Ah, Leute, hier ist Mav und... 5, 4, 3, 2, 1, plus. Hey, und was sind wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 oder so. Und da kommt schon die erste Rampe. Fahrt rüber. Ja. Meinst du? Nein. Ah, nee, wir fahren rüber. Feigling. Guck, ey. Oh, da fliegt der. Er ist schon erst in die Luft geflogen. So viel zu Feigling. Oh, ist noch ein bisschen besser. Oh, oh. Aber vorsichtig drüber, ne? Vorsichtig. Ganz schillig. Oh, siehst du, da liegt schon der nächste. Achtung, hinter uns. Ja? Ne, dass der auf uns drauf springt. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Was ist denn jetzt? Das war, das war, das war frech. Drück, drück. Ja, ja, ja. Ich hänge fest, ich hänge fest. Echt? Ja. Dann raus, neues Auto holen. Warte, warte, ich hab ne Idee. Ah. Wat? Kriegst du das? Jetzt ist es doch. Ne, 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 ne. Noch nie ganz, warte. Äh? Verschieben? Aussteige. Ich steig aus. Wir holen jetzt neues Auto. Ja. Scheißendreck. Ja, auch doch, verflucht. Ach, jetzt, jetzt, wie kein Fernblast jetzt hier. Komm. Ey. Ich hätte gedacht, ne, dass neben uns ein Auto lag, dass wir so Tautour-Vehikel-Blablabla. Weißt du? Ja, so sieht er da aus, Leute. Ähm. Wie oft dürfen wir uns ein neues Auto besorgen? Ja, so oft wie Autos dastehen. Ja. So viele, okay. Ist das erste Mal, dass ich so ein richtiges Event mitmache. Ja, aber am ersten Mal haben wir ja auch schon alle ins Gefahren, ne? Ey, nur weil mich jemand in die Seitenwand gerammt hat. Ah, dabei sein ist alles. So, seid ihr hinter mir? Oh, gib Gas, Leute, gib Gas. Wobei, notfalls fahr alleine los, dann lasst mich zurück. Fahr da ohne mich. Ja, Rekka, du kannst es noch retten für den Fall, dass ich mit dem Auto draufgehe. Ah, fährst du los? Ja, soll ich? Ja, ich bin hier, ja, ja. So. Ja, muss überlegen, ob ich da nicht mehr. Ja. Was willst du denn? Ja, da kommen sie. Nicht drüber rein, du. Nicht stirbst du mal. Nee. Lauf, Mev, lauf. Ja. So, ich habe ein neues Auto. Kommst du mit, Mev? Ja, ich komme mit. Wo bist du? Hier, das erste Auto. Okay. Wo ich gerade eingestiegen bin. So, und Red Cut? Kannst los. Das bin ich, ja. Fahrt. Warte. Ja, willst du doch noch mit? Ja. Komm. Warte, warte. Ja, ja. Ja, bin drin. Kann losgehen. Okay. Fahr, 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 fahr. Ist alles noch ein bisschen? Nee, nee, nee. Achtung, kommt wieder einer von hinten. Hab ich gesehen. Oh, jetzt aber hier. Uh. Aber ich muss mal wissen, wie bei denen die Trimble, die die Runden zählen wollen. Die können noch, die sehen noch, äh, also Name-Tags. Ja. Ah, okay. Okay. Da steht unser Auto. Jetzt schaffen wir eine Runde. Meinst du? Ja, das wäre meine erste. Bisher habe ich es nie geschafft, hier vollkommen rumzufahren. Also, beziehungsweise, richtig in den Rennen. Strecke, in die sie so fahren, wenn sie fahren. Uh, 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 jetzt hast du aber, jetzt hast du aber Großes vor, ne? Warum? Ist das falsch? Nee, nee. Links, rechts. Nein! Kommst du runter? Ja, aber hier ist einer, den überfahre ich jetzt. Egal. Ist nicht mein Problem. Den konnten wir sowieso nicht leiten. Der hat eh schon geblutet. Egal, wer es war. Der hat uns immer erschossen. Da, 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 da hat er nicht anders verstanden. Da ist die drunter. Da wurde einer getötet, aber nicht von uns. Nee. So, wir machen, wir machen das chillig, ja? Ja. Gib ruhig Gas ein bisschen. Ja, mach ich doch. Mach ich doch. Wir müssen ja die Leute wieder einholen. Die haben ja eine Runde jetzt Vorsprung. Ja, man weiß ja nicht genau, wer jetzt, wer ist, ne? Könnte ja sein, dass, die bauen ja viele Unfälle. Ja, außerdem ist das unberechenbar mit diesen Karren, weil der Z für sowas nicht ausgelegt ist. Ach, deswegen macht es umso mehr Spaß. Nee, MF, echt, das ist nicht dafür ausgelegt, überhaupt mit so einem Auto zu springen. Nee, wieso? Ich habe doch nichts gesagt jetzt. Ach, du ahnst es nicht. Oh, oh. Immer in der Mitte bleiben. Boah, boah, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ja. Yes. Kranker Scheiß. Oh, da ist schon wieder einer explodiert. Vorsicht, Vorsicht. Achtung, da kommt rechts. Der schiebt uns da aber. Die Sau. Echt, das geht gar nicht, ne? Nee, ehrlich, ey. Er hat selber gelost und ist reingefahren. Ja, ja, ist er? Richtig so. Oh, 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 oh. Nein! Nein! Schnell aussteigen! Fuck. Fuck. Schnell neues Fahrzeug holen. Fuck. Komm, lauf doch. Ich kann nicht laufen, doch jetzt. Das kann man nicht sagen. Das ist verfluchter. Da konnte ich aber echt nichts gegen machen, Leute. Nee, nee. Nee, ach ja. Seid ihr schon vorne runtergelaufen? Ja, ja. Ich bin hinter euch dann. Mistig. Ich muss mal von der Jens-Struppe runter, ne? Ja, ja. Sicher nicht, ja. Das ist vielleicht ganz praktisch. Alter, noch keine Runde geschafft, das ist doch scheiße. Aber da oben liegt unser Auto, das ist cool. Hätte man da außen rumfahren können irgendwie? Weiß ich gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich glaub schon. Ey, schon zwei Autos durchgebracht, ey. Das gibt's doch gar nicht. So, ich bin jetzt hier an einem Auto. Soll ich irgendwas nehmen hier? Die willst du fahren, oder? Vorne links, das am besten. Nein, nein, nur, dass ich schon mal einsteig. Das ist ja vorne links. Das hier? Ja, das. Genau. Ja, genau das. Ich steig... Nee, ich fahr nicht. Nein, nein. Mach als Passagier und dann ist gut. Alex fährt wieder. Ich bin nämlich hier mit den Driving-Legasthenikern unterwegs. Na, was denn? Viel besser bist du bis jetzt auch nicht. Ja, komm, dann versuchen wir's gleich hier an den Hammersprung. Nein, Quatsch. Hallo, wir wollen's doch schaffen. Es ist zu gefährlich wegen den Fahrzeugen, die dahinter liegen. Ja, ja. Ja, stimmt auch. Wenn wir da aufklaren, dann ist Ende, ne? Es sind wieder zwei hinter uns. Oh, was wollen die? Gib mehr Gas. Ah, die kommen aber auch rüber. Oh, die geben eindeutig mehr Gas als die. Ja, da. Und, äh, ja, die bleiben aber dran, ne? Soll ich diesmal weiter geradeaus fahren, hier bei der Strecke, lieber? Ja, ne, wieder so wie vorher, denk ich mal. Das ist schneller. Naja. Oder? Die anderen fahren aber außen rum. Blick gerade, oder schaue. Ja, die sind ein bisschen, oder, ne? Vielleicht ein bisschen schneller. Die fahren da irgendwie um den Turm drum, rum, aber... Ja, ich schau's. Beim nächsten Auto fahren wir anders. Ja. Ja, die sind definitiv schneller. Dafür haben wir die schönere Aufsicht. Ja, richtig. Mehr Action. Ja, natürlich. Natürlich. Also, ich muss mal wieder sagen, hier, großes Lob an, ans, äh, Löwenherz-Admin-Team. Es macht wirklich Spaß mit. Es macht wieder richtig viel, Gaudi. Wow! Wow! Hahaha! Gib Gas, da ist schon wieder einer hinter uns. Ah, der ist aber noch... Ja, aber ich muss, ich muss, ich muss das mit Gefühl machen, Gas geben. Ja, ja. Und diesmal fahre ich nicht übers Flugzeug. Warum nicht? Ich riskiere es nicht. Ey, wir wären beim letzten Mal beinahe draufgegangen. Feigling. Ich will immer eine Runde ins Ziel kommen, Leute. Okay. Ja, aber nur, weil du so schön, äh... Weil ich so schön bin, ja. Außen fährst. Guck mal, man kann außenrum fahren. Scheiße! Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so ein Problem gibt da. Ah, was ich in die Mitte ist auch so ein... Ja, gesehen. Gerade hat es leicht gelenkt. Ja, bei mir auch. Okay, gut. Okay. Ja. Und? Die erste Runde? Schaffen wir es? Ja! Ja! So, und jetzt nehmen wir den Sprung mit, oder? Ne, 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 auf keinen Fall. Das sind viel zu viele Fahrzeuge. Ja, ja, ja. Ja, jetzt ist es zu spät. Na, toll. Auf der anderen Seite liegen die Fahrzeuge so beschissen, dass du nicht vorbeikommst. Nein, die sind weg! Die sind weg! Oh nein, Red Guard! Man hätte auch ganz links fahren können, glaube ich, ne? Jetzt ist... Da, da kommen sie. Da kommt einer. Hinter uns? Ja. Da steht jetzt noch einer. Achtung, Alex. Ja, ich sehe es. Oh, jetzt wird es... Weiter ausholen, ja. Vorsicht, Vorsicht. Genau, perfekt. Ja, ich meine es... Oh Gott, nicht, dass der jetzt neben uns... explodiert, dann rass dich aus. Ne, ne, der ist schon explodiert. Ja, mal gucken, fällt er rein? Ne, er kommt aber auch dumm. So, und diesmal weiter geradeaus, ne? Diesmal geradeaus, ja. Ja. Und dann diesmal um den Turm... Die sind irgendwie um den Turm, aber um außen. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Oh Gott, da muss man aber einen Sprung schaffen! Ja, ja, du musst richtig Gas geben. Jetzt musst du, oder? Weiteraus, genau, und Vollgas. Oh. Oh. Ah, ist das... Ist das frickelig. Hahaha. Der, du! Das war super. Das ist eine geile Kiste. Alter, Leute, ey. Sorry für die Freak... Ja. ...framed... ...dienstrums, aber... ...darframed... ...diesmal immer so fahren. Soll ich jetzt geradeaus, ja? Ne, rechtsrum kommst du besser, denke ich mal. Weil du relativ langsam fährst. Ich kann wieder nicht reinreden. Ich fahre ja nicht. Ich fahre nicht langsam, ich versuche jetzt mit Shift hier Vollgas. Achso. Aber überall, ein Tragflügel ist echt beschissen. Da wurde einer mit einer Waffe getötet. Aber hier vorne würde ich auf jeden Fall wieder abkürzen. Ne, mit Vehikel oder nicht? Ne, mit Waffe. Guck mal, ist unser Auto jetzt auch in die Luft gegangen, was da oben liegt? Könnte sein, ja. Weiß ich nicht. Ja, guck mal, ist ja super eng da oben. Ja, aber eng ist ein tighter Begriff. Grüße an Ella, oder was? Ja, wollen wir schon mal spoilern, dass Ella in den nächsten DayZ-Tagebüchern vielleicht mal dabei ist? Genau, Ella, ihr kennt ja Ella, ne? Ist ja nur noch viel leicht. Achtung, zwei Fahrzeuge von rechts. Ella von Dota hat sie mitgemacht, zum Beispiel. Ach, ja, komm, scheiß drauf. Und, ja, ich weiß nicht, wann sie dann kommen, im Endeffekt. Ich weiß nicht, wie weit du da in dem... Boah, aufgenommen hast, weißt du? Wie folgen da noch kommen, vorher? Ja, nach dem hier kommt wahrscheinlich dann schon die Ella. Ja. Ging ich mal auch, ja. Das hier ist Folge 10 vom, äh, Staffel 9 vom DayZ-Tagebuch Löwenherz-Edition. Du, du ziehst das speziell ziemlich vor? Nein. Weil ich hab ja, das ist ja eigentlich für mich die erste Aufnahme von DayZ seit langem wieder und, äh... Ja. Nee, diese, diese Aufnahme kommt erst in zwei Monaten online. Wobei das eigentlich fast schade ist, wenn das zu lange dauert. Ja, ich weiß. Ja, da muss ich mal, ich übert nicht mal, wann ich das dann bringe. Weil ich will die ja auch jetzt nicht irgendwie vorweg... Mal gucken. Wow. Das kann er. Ich hab genug Tony Hawk gespielt. Gut. Ich nicht. Wir hatten doch nichts im Osten. Ja, es ist schon so schade, dass die anderen, äh, Löwenherz-Events noch nicht online sind. Muss ich ja mal sagen. So, hier war Vollgas angesagt, ne? Ja, ja. Da schaffst du. Mit zwei mit einmal. Oha. Sich überhaupt sowas auszudenken, ne? Die müssen das ja auch austesten, ob man überhaupt schon mal mit dem Flugzeug, ob man überhaupt rüberkommt und so einen Schrott. Ach, ich dachte, du traust dich jetzt. Ich hab mich schon drauf vorbereitet, dass ich da aussteigen muss. Dann wird ich schon nervös, oder? Ne, 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 ne. Ich mach grad einen auf sicher. Vielleicht in der nächsten Runde. Aber so viele sind's noch gar nicht mehr. Vielleicht kriegen wir ja einen Quatz. Fährt der gerade aus? Ja, ich weiß nicht. Ne, mach der nicht. Aber wir. Aber wenn wir jetzt... Okay, aber dann... Jetzt mach Vollgas dann. Vor halbwegs. Ja, und es gibt Vollgas. Mach ich. Aber damit haben wir nicht viel gewonnen, ne? Ne, überhaupt nicht gar nichts, ne? Ich glaub, da müsste man echt... Ich weiß nicht, ob man da noch schneller drüberkommt. Keine Ahnung. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Reifen sind auch in Ordnung, oder? Ey, exzellent war der... Oh, rechts. Oh, 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 oh. Oh, die Sau. Penner. Ich springe auf ihn drauf. Ja, genau. Jetzt flächeln wir in eine Kurve, irgendwie. Ja, so wie wir vorhin rausgedrängt wurden. Oh, shit. Nicht geschaffen. Ja, ja, ja. Ha. Ha. Müssen wir wieder kriegen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, alles gut, alles gut, Leute, alles gut. Wird was bei den Admins erzählt? Also, wie lange noch? Ne, ne. Totenstille oder was? Ne, hat immer bloß gesagt, ist noch alles drin für immer. Für alle. Der Redguard ist nämlich noch in dem... Admin TS, also im Event Channel. Genau. Okay, Flugzeug oder nicht Flugzeug? Ihr müsst das sagen. Flugzeug, Vollgas. Genau, jetzt aber. Dann können wir ihn shoot. Ja, jetzt Flugzeug. Der Aufzeichling, haut ab. Yes! Yay! Ja, gib Gas, los, 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 los. Ja, da ist wieder vorne. Geile Kiste. Okay, das hier oben hat sich nicht gelohnt, haben wir ja herausgefunden. Nein, genau. Aber auch hinten brennt es. Irgendwie, keine Ahnung. Oh man, mit 12 Frames. Ich habe 24. Okay, nochmal den Sprung vor, oder lieber nicht? Hier haben wir dann schneller, ne? Ja, ging schneller, aber... Oh, da links brennt es echt wie Sau. Dann fahr links rum notfalls. Oh, das ist aber eng hier. Gut, dass wir uns nicht langgefahren sind. Oh, ach, das war. Das habt ihr aber auch nicht gesehen. Ich dachte, ich könnte da schon wieder... Boah, das ist ja immer zu viel, wenn du halt so besiehst, so die Ecken. Ja, 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 ja. Boah, ja, ja. Oh, oh, ja, 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 ja. Guck mal, du rücken! Nee, du musst ja ausholen. Ja. Kommst du nicht rüber. Ja, ich weiß, die Kurve musst ja... Aber das war so... Yes! Noch fünf Minuten, Alex, hat er gerade gesagt. Mal hupen. Genau. Dann dann baut er einen Unfall. Okay, wieder Flugzeug? Ja. Ja. Hast du ja richtig gut gemacht gehabt. Und man spart einiges an Zeit, hast du ja gesehen. Oh, das war gut, 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 gut. Oh, nein, er fährt da lang, dann mach ich's nicht. Das riskiere ich nicht. Zu zweit da hintereinander her. Ja, verstehst du nicht, dass es zu eng wird und dann... Ja, ja, genau. Aber man spart einiges an Zeit, siehst du gerade. Ja, das ist ein paar Sekunden. Aber guck mal, dafür sein Auto riskieren? Mal ehrlich. Naja. Wow! Oh, super, super, gut. Harter Drift, harter Drift. Fire, fire, hold, and drift. War da blöde, ne? Na ja... Ah, na ja, 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 ja. Was wird eingeholt? Ah, komm, 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 jetzt aber. Jetzt, oh, gib Gummi, gib Gummi. Rechtsrum oder linksrum? Gib ihm! Rechts. Rechts. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, 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 passt. Damit müssen wir ihn haben, weil... Ja. Ja, 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 ja. Ich rinke voll am Auffang. Hart, 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 Arsch. Okay, hier wieder vom Gas ein bisschen gehen. Und jetzt wieder Vollgas. Jawohl. Oh Gott, Leute, ey. Alex, du machst das super. Danke. Wenn ich fahren würde, ich würde... Wir bräuchten mehr Autos. Ja, wir bräuchten mehr Autos, auf jeden Fall. FireEye Holden Drift. Oh nein, er hat das Auto runtergeschubst. Und hat sich fast überschlagen, hast du gesehen? Also nicht überschlagen, sondern so rumgedreht. Ja. Alles gut, Leute, bleibt mal locker. Nee, nee, ich dachte bloß, weil der ja gerade von rechts kam, dass der dann uns rammt irgendwie. Ja, aber dann hätten wir den als zusätzliche Straße benutzt, wären wir über sein Dach gefahren. FireEye Holden Drift. Juhu. Flugzeug, ja? Jetzt wieder. Obwohl, es macht keinen Sinn, Leute. Wenn wir da jetzt liegen, dann ist eine Runde weg. Okay, stimmt auch wieder, ja. Ich bin nicht Fahrer. Ich würde es normalerweise tun. Normalerweise würde ich es tun, wenn nicht sofort die ganze Runde dafür nicht gewertet wird, weißt du? Oh, oh, oh. Fuel. Fuel und Wheel, ein bisschen Schrott. Aber alles gut, alles gut. Was heißt denn? Gelb? Gelb. Okay. Oh, oh, hinter uns. Der hat aufgeholt. Ja, ich glaube, man sieht es auch ein bisschen. Der Wagen hat ein bisschen so... Schräglage. Licht da links ein bisschen tiefer. Ja. Sollen wir notfalls ein neues Fahrzeug schaffen? Nein. Nein. Ich glaube, das ist ja noch nicht kaputt. Und ich denke, wir schaffen nur noch eine Runde. Ja, wir brauchen noch nicht mehr. Ja, ungefähr. Übrigensweise beim letzten Event war es ja so gewesen, dass man die Runde quasi noch zu Ende fahren konnte und die noch vollgezählt wurde. Oh, 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 oh. Fuck, raus. Wheel kaputt. Warte, 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 nicht aussteigen. Doch. Doch, ich bin draußen. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Aber als das Auto eben kam, ich wollte nicht riskieren, dass wir überfahren werden. Also, ich hänge. Okay. Gibt es noch ein Auto? Ja, ja, es gibt noch welche. Ah, jetzt aber fehlen. Fuck, 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 fuck. Jetzt voll Gas. Mach ich doch schon. Wer läuft hier neben mir? Ja, ich bin gerade nach vorne gelaufen. Aber das ist mal Zeit. Zeit für eine Zigarette, das finde ich gut. Wieso bist du so schnell und ich nicht? Weil ich mich so lange am Lenkrad ausgeruht habe. So ein Mistverfluchter. Nee, ist auch okay. Ich fahre hier. Ich fahre hier. Achtung, da kommt einer. Jetzt. Ich fahre hier. Ich laufe. Ich würde gewinnen, wenn ich zu Fuß wäre. Welches? Hier rechts. Hier rechts. Irgendjemand hat geschossen, wer auch immer. Keine Ahnung. Wurde was gesagt? Nee, nee. So, seid ihr drinnen? Ich bin drinnen. Ich komme sofort. Hau schon, ja. Ihr könnt ruhig schon ein Stück vorfahren. Ich bin hier vor euch. Los, steig ein. Schneller, 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 schneller. Kommt einer von hinten, Alex. Okay, okay. Ja. Wir kommen zum Ende. Vorsicht. Buh. Los, den kriegst du noch, Alex. Den kriegst du, den kriegst du. Ja, genau, genau. Hab ihn. Alles gut, alles gut, alles gut. Mann, ey. Haben die Strecke eigentlich umgebaut? Ein bisschen? Die haben ja von diesen kleinen Spungschancen reingebaut. Auch das mit dem Turm in der Mitte. Ja, der Turm ist super schwarzig. Den finde ich richtig geil. Das ist so wie flippen. Wie Steine flippen. Oh, oh. Achtung, da stellt er einer links rum fahren. Ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Hier ist auch vor der Friedhof. Rally vorbei. Oh, 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 oh. Einfach, oh, 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 oh. Ah, yes. Dreckiger Dan wurde getötet. Das warst du. Ja, ja. Aber du hast es gesehen. Der ist mir reingelaufen. Ja. Weißt du, das ist... Da konnte man nichts machen. Das ist wie mit so einem Rehkitz. Weißt du? Du musst, wenn du so einen Spieler siehst, da musst du erst mal abblenden, weil sonst bleibt der im Lichtkegel stehen und die Augen werden so ganz groß und er kriegt das voll nicht mit. Aber man soll ja auch fahren, ne? Weil wenn man dann ausweichen will und dann einen Unfall baut, ist man schlechter dran, als wenn man einfach durchzieht. So, Treiber sagt gerade, das war's. Rennen vorbei. Ja, gut, dann nochmal. Wir können aber gerne weiterfahren, wenn wir wollen. Wow. Den ramme ich. Nicht. Oh! Fuel und Wheel kaputt. Nein! Nein! Da ist es. Oh, ich bin ohmächtig. Ach. Hier hast du den Mev. Lass ihn liegen. Nein, Mev nimmt auf. Den brauchen wir noch. Oh, guck mal da oben, das Band war geil. Könnte ich einer retten? Redguard, rennst du jetzt mit mir oder bist du zu Mev gegangen? Mev ist explodiert. Mev ist explodiert da gleich, das Auto brennt, das ist ein bisschen heikel. Da ist, da, 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 da ist... Die Sanduhr. Ja, aber es brennt neben dir. Ja, dann warte ich bis hochgegangen, vielleicht lebe ich dann gerne. Ja, wir sind dann wieder mit Mauro an der Strecke. Genau, wir fahren dann über dich drüber. Ja, so ist das, genau. Redguard, du sagst uns Bescheid, was kommt bei den Admins? Also, ich nehme dann jetzt, ab jetzt die Deathcam auf. Das ist auch ganz toll. Ich glaube, hier ist explodiert, glaube ich. Ja, lebst du noch? Ich lebe noch. Ey, er lebt noch. Egal. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ah, mein Arsch. Weiß nicht. Ja, mich hat er nicht erwischt. Aber mich. Ich weiß nicht, ob er die Redguard wurde getötet. Ah, da hast du dir auch gedacht, so, da muss man ja kollektiv jetzt mal hier ein bisschen sterben. Oh, jetzt sind wir beide tot. So ein Mist. Hey Leute, das war's dann für mich mit der Aufnahme. Den Rest seht ihr bei Alex Vendetta. Äh, Vendetta's Homebase. Und ich werde dann im Nachhinein nochmal nachher einspielen, was draus geworden ist. Wir hören uns und sehen uns bis die Tage. Ciao. 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 Können wir jetzt so eine weiße Karre schnappen? Keine Ahnung. Die haben jetzt noch nichts weiter gesagt. Habt noch was passiert. Ich hol mir jetzt noch ein neues Auto. Ich fahr jetzt noch eine Runde. Weil die haben ja gesagt, wir dürfen weiterfahren, ne? Naja, also zumindest war das das Letzte, was ich verstanden hatte vorhin. Ich glaub, dann wechsle ich auch mal in den anderen. Ich fahr jetzt einfach bei irgendwen mit. Du hast Nofka. Na super. Ob der gemerkt hat, dass ich bei ihm mitgefahren bin? BAM! Äh. Abspringen. Das war mir zu heikel. Ach komm, nehm ich mir auch mal mit hier. Ja, komm. Fahr. Wie auch immer du bist. Ich bin wieder da. Ich fahr jetzt bei irgendwen mit. Okay. Bin's das Nofka. Hier wird aber auch nichts erzählt. Jetzt, ne? Dann schreibe ich in direkte Fahrzeugkanal. Hi. Mal gucken, bei wem ich drinne bin. Menschen. Ich fahre bei P. Black Dog mit. Wart mir nix. Mir auch nicht. Ich glaube, die sind von Löwenherz 1. Hm. Und Exo. Exo ist auch mit dem Auto. Ist ja schön. So zu. Dritt. Ich glaube, wir waren nicht unter den ersten dreien. Hätte wahrscheinlich schon was gesagt. Ne, vielleicht kommt jetzt erst die Auswertung. Wir müssen das mal abwarten. Achso, du kannst jetzt gar nicht wieder rüberkommen, oder? In den anderen Channel. Jetzt gerade nicht. Warte mal. Erster KSS, zweiter SG-1 und dritter XD. Plus Ext, plus Exo. Ja. Naja. Hat Spaß gemacht. Ja. Mich würde jetzt noch interessieren, auf welchen Platz wir gekommen sind. Die anderen Platzierungen wären interessant. Oh, wir fahren gerade an unserem kaputten Auto kaputt. Äh, an unserem kaputten Auto vorbei, danke. Können die anderen Plätze nicht noch genannt werden? Ich würde gerne wissen, ob wir einen vierten wenigstens haben. Den dritten Platz haben drei Teams belegt. XD, EXT und Exo. Jürgen, sich zwei SG-3 teilen. Ja. Nee, SG-36 sind's ja. So sieht das aus. Ja, meine lieben Freunde, da seht ihr es. Wir haben es leider diesmal nicht geschafft, irgendwas hier zu rocken. Wow, fetter Jump, fetter Jump, fetter Jump und, äh, Auto im Arsch. Schade, das war's. Dann, dann werde ich mich jetzt noch überfahren lassen, indem ich mich auf die große Rampe stelle und darauf warte, dass einer kommt. Der Event-Server fährt in drei Minuten runter. Vielleicht tötet mich ja noch einer in der Zeit. Okay, dann locke ich mich jetzt hier aus. Ja, ich spiele auch schon. Tja, also wie, wie fandet ihr das Event? Richtig super. Spaß gemacht. Also, es hat echt Spaß gemacht. Also, war funny. Ja, ich muss auch sagen, großartig, großartig, großartig. Hat mir tierisch gut gefallen. Einen Lob an den Fahrer. Ja, tut mir leid, hätten wir wahrscheinlich die ersten zwei Runden nicht verkackt. Hätte ich mal. Wäre ich mal gefahren, ehrlich gesagt. Wäre mal Mev gefahren. Dann hätten wir das Ziel niemals gesehen. Ja, weil ich so schnell gewesen wäre. Ich hätte die Runden so schnell genommen. So schnell hätte ich schon mal eigentlich gucken können. da vorne fährt noch ein Auto, das soll mich überfahren. Komm her, Auto. Die haben mich zwar angefahren, aber jetzt kann ich mich einfach verbinden. Und nein, sie kommen direkt auf mich zu. Oh, ich bin tot. Ihr Schweine. So, meine lieben Freunde, das war das insgesamt bei mir jetzt, ich glaube, vierte Event. Kann das sein? Ja, ich glaube. Das vierte Event von den Löwenherzmachern. Und ich muss sagen, es war großartig. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen, wie es mir gefallen hat. In diesem Sinne, haut rein und bis dennet. Ciao, ciao. Hey, seid ihr unfreundlich oder was? Ciao. Ciao, ciao. Na, geht doch, ihr Lutschpuppen.